Ach, auf dem Transport. Das ruf, der ist Henna, ja. Aber ich suche dann Alex mit den Olafsfrauen, die nehmen immer das Rettelwitz. Die waren ja vom Alkohol. Ich glaube, wir haben ja auch besät immer, wer uns mit Hunden fahren will, äh, weh, du sagst nicht. Ja, die haben ja wohl in Bayern nicht dazu. Die ist ja viel. Und die haben ja nichts zu tun. In Österreich in Nova. Ja. Wir haben ja jetzt zuletzt noch mal hier sind Baunfurt in Plötchen zu finden. Vier Stämme oder? Mit beiden. Mit drei und. Ich war ja in Holland gewesen. Der Pferd hat hier Ruhe. Und wir waren auch in dem Haus. Also in Bayern.